Der Himmel weinte Ja, ich liebe ja diese Golden Guy Area Mir gefällt, dass sie auf den ganzen kleinen Bars Back to where we started Hier schließt sich der Kreis Aber diesmal habe ich eine Bar für uns beide ausgesucht Oh ja? Kennst du eine bessere als unsere Anfangsbar? Da gehen wir hin Okay Gehwoller Bin ich ja mal gespannt, was du sagst zu der Bar Die aufregende Zeit in Japan geht zu Ende Kampai Darauf trinken mal Wir haben ja wahnsinnig viel erlebt Ja Auch Sachen, die wir sonst wahrscheinlich nie im Leben gemacht hätten Auch verrückte Sachen Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier Und weil ich nicht zum Spaß hier bin Ja Wollte ich dir nochmal zeigen The King of Sober The King of Sober 56, 157 158 158 Schädelchen, liebe Damen und Herren Ah Da habe ich ja schon mal eine Weißt du was, ich kann mitbieten Ich habe auch eine Und eine, die da besonders weh tut Die Shibuya Challenge Wie weiter Ich habe dich nicht gehört Noch mal Was? Ich habe die Frage, die stehe ich nicht Die Qualität ist echt schlecht Gott, die Fragen nicht verstanden, die Hälfte Die hätte ich sehr gerne gewonnen Aber ich hatte ja ein bisschen technische Probleme Aber ich gönne es dir natürlich trotzdem Danke, dass du mein Wissen jetzt nochmal anerkennen kannst Du warst ja echt ein bisschen Jetzt hast du ein bisschen wieder abgekühlt Aber an dem Tag warst du schon Bevor du dich da reinsteigerst Ich habe natürlich auch eine zweite gewonnen Könntest du dich noch erinnern für was? Domo Arigato, Mr. Roboto Das ist ja wohl nicht dein Ernst Very fast Wow Da muss ich sagen, da bist du mir davon geflogen Also ich dachte, meine Autoscooter-Erfahrung Gibt mir da Vorteile Aber da habe ich den Schalski Und da schätzt Dorfkirmes Da bist du der König King of Sova, King of Dorfkirmes Aber weißt du, was das hier ist? Medaille Für? Weiß ich nicht mehr Baseball Ja, here you go Come on Ich habe es dir gegönnt Weil ich muss ganz ehrlich sagen Ich war wirklich schlecht Bei Baseball Ja, da ist er Wow Den allerletzten Ball Den hast du voll getroffen Das war aber trotzdem das allerletzte Denn du hast viel mehr Bälle getroffen Oh 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 Okay Schaut in die Umschläge Dann erfahrt ihr, wer die letzten Punkte bekommt Wer hat mit seinem Outfit die Besucher des World Cosplay Summit überzeugt? Wer hat durch seinen lieblichen Gesang die Herzen der Karaoke-Fans für sich gewonnen? Wer hat sich als echter Samurai bewiesen? Und wer hat anmutiger getanzt? Ja, das sind Fragen Wer hat das magische Cosplay-Duell Obanai Iguru gegen Cloud Strife gewonnen? Ich bin vor allem gespannt Jetzt ist nämlich die Frage Cloud Strife Or Also du musst jetzt mitzählen Einmal Michael Einmal Michael Zweimal Michael Zweimal Michael Dreimal Michael Thomas Eins Michael Vier Michael Fünf Thomas Zwei Thomas Drei Thomas Vier Thomas Fünf Thomas Sechs Thomas Sieben Thomas Acht Thomas Neun Thomas Zehn Thomas Elf Thomas Ganz ehrlich Ich muss auch sagen, dein Kostüm war besser Dankeschön Das heißt vier zu zwei Mhm Jetzt darfst du Was hat unser Freund Joe, The Last Samurai, entschieden? Was hast du für ein Gefühl? Ich kann es dir nicht sagen, ich bin total aufgeregt und dreh gleich durch Like Olympics Which one is gold? My judgment? Both Oh So please share these valuable medals Oh Michael Gold Both Gold Inentschieden? Das Wo lese ich das? Both Gold Das sind unentschieden Ja Eine für dich Geil Eine für mich Und das heißt Sechs zu vier Jetzt kommt erstmal Cara Okay Die fand ich ja sehr lustig Du weißt aber schon Die musst du jetzt gewinnen Die muss ich jetzt Weil wenn du die nämlich nicht gewinnst Kannst du mich nicht mehr einholen Ich bin Das sieht gar nicht so gut aus. Thomas, eins, Thomas, zwei, Thomas, drei, Thomas, Thomas und Michael, hier eins, Thomas, 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 Michael, yes, local hero, Japan, here we go, thank you, Kampai, Kampai. Wir haben aber noch eine Challenge, eine Challenge haben wir noch. Wir haben noch eine Challenge, die wir noch haben, die wir noch haben. Wir haben noch eine Challenge, die wir noch haben, die wir noch haben, die wir noch haben. Noch auszählen? Mhm. The last dance. Waren nur drei Judges, oder? Mhm. Michael? Mhm. Thomas? Thomas? Wo Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020